Wo ist am meisten Omega-3 drin? Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass Omega-3-Fettsäuren enorm wichtig für unsere Gesundheit sind. Da stellt sich die Frage, wo ist am meisten Omega-3 drin? Wie kannst du deinen Körper gut mit diesen essentiellen Fettsäuren versorgen? Diese Frage und vieles mehr klären wir in diesem Video. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Hallo und herzlich willkommen. Wenn du dieses Video bis zum Ende anschaust, wirst du viel mehr über die essentiellen Fettsäuren Omega-3 wissen. Denn wir behandeln folgende Fragen, warum braucht dein Körper Omega-3-Fettsäuren, in welchen Lebensmitteln steckt Omega-3, welche Omega-3-Fettsäuren sind besonders gesund und welche Lebensmittel liefern dir besonders viel Omega-3? Dein Stoffwechsel braucht viele Nährstoffe, nicht nur Fettsäuren der Art Omega-3. Bei Medomio legen wir großen Wert auf praktische Informationen, die du im Alltag leicht umsetzen kannst. Nicht umsonst ist unser Slogan Wissen, was hilft, Wissen, das hilft. Wir haben auch ein Geschenk für dich. Unser kostenloser Bonus-Guide für gesunde Ernährung informiert dich über 5 essentielle Nährstoffe, die du jeden Tag benötigst. Den Link zum Herunterladen findest du in der Beschreibung. Wir alle wissen, dass ungesunde Fette unserem Körper schaden. Als besonders schädlich haben sich die Transfette erwiesen, die bei der industriellen Produktion von Lebensmitteln eine wichtige Rolle spielen. Unser Stoffwechsel ist aber auf gesunde Fette angewiesen. Zellmembranen die unsere Gesundheit wirksam unterstützen. Tatsächlich gibt es mehrere Omega-3-Fettsäuren. Die wichtigsten sind DHA, kurz für Docosahexaensäure, EPA, kurz für Eicosapentaensäure und ALA, kurz für Alpha-Linolensäure. Interessanterweise verdanken wir die Entdeckung der Omega-3-Fettsäuren den Inuit, also den Ureinwohnern von Grönland. Dänische Forscher hatten die Lebensweise in den 70er Jahren studiert und dabei herausgefunden, dass bei den Inuit, gängig Eskimos genannt, kaum Herzinfarkte vorkommen. Und das, obwohl sie sich besonders fettreich ernähren und kaum Obst und Gemüse verzehren. Doch wusste man damals bereits, dass die Blutfettwerte bei Herzinfarkt eine große Rolle spielen. Im Blut der Eskimos entdeckten die Forscher sehr hohe Spiegel von DHA und EPA, was wir gerade erwähnt haben. Das war auf ihre traditionelle Ernährung mit viel fetten Fisch und Romfleisch zurückzuführen. Seitdem beschäftigen sich Wissenschaftler auf der ganzen Welt mit der Bedeutung der Omega-3-Fettsäuren für die menschliche Gesundheit. Das Video Omega-3-Fettsäuren Studie aus 2021 – So lebst du länger und gesünder beschäftigt sich mit einer neuen Studie, die positive Effekte von Omega-3 bei den Alterungsprozessen beleuchtet. ALA heißt jene Art von Omega-3, die in Pflanzen vorkommt, beispielsweise in Walnüssen und Leinsamen. Allerdings kann unser Körper Alpha-Linolensäure nur ganz schlecht verwerten. Weit weniger als 10% können zu Omega-3 umgewandelt werden, die unser Stoffwechsel dann auch tatsächlich brauchen kann. Für eine gute Versorgung mit Omega-3 sind DHA und EPA viel besser geeignet. Haltenöl bildet eine Alternative für Veganer und Vegetarier, um ihrem Körper optimal Omega-3 zuzuführen. Das US-amerikanische Institut für Gesundheit gibt eine gute Übersicht über Omega-3-Fettsäuren auf ihrer Webseite. Allerdings werden in den USA die Mengen für Lebensmittel in Unzen angegeben. Das lässt sich nur schwer in Gramm umrechnen. Im deutschsprachigen Raum liefert die Webseite Fischlexikon eine ungemein detaillierte Aufstellung von Nährstoffen in Fischen, darunter auch eine genaue Auflistung von dem Gehalt von verschiedenen Omega-3-Säuren. Wir nehmen sie als Grundlage für unsere Liste der Lebensmittel mit dem höchsten Gehalt von Omega-3-Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren haben ihren Namen von der Tatsache erhalten, dass sie eine Doppelanbindung an der dritten Verbindungsstelle in der Kohlenstoffkette haben. Diese Doppelbindung sorgt dafür, dass Omega-3 schnell reagieren und flexibel sind. Das erklärt, warum Zellmembranen besonders fluid sind, wenn sie Omega-3-Fettsäuren einbauen können. Das erleichtert die so wichtige Kommunikation auf Zellebene und hat gleichzeitig zahlreiche positive Folgen für deine Gesundheit. An den Zellmembranen docken Signalstoffe an. Sie bestehen aus einer doppelten Schicht von Fett. Sind diese Fette flexibel, kann die Zellmembran besonders gut auf Putenstoffe reagieren. Zudem zeigen zahlreiche Studien, dass Omega-3-Fettsäuren Entzündungen hemmen. In dem Video, was solltest du über Omega-3-Fettsäuren wissen, informiert dich Dr. Simone Koch über diese Wirkung. Omega-3 haben sich bei vielen verschiedenen Krankheiten als positiv erwiesen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Atherosklerose, Diabetes, Thrombosen, Depressionen und andere psychische Erkrankungen, Krebs, altersbedingter kognitiver Verfall, Heumatoide Arthritis und Parodontitis. Weil Omega-3 am Aufbau des Nervensystems beteiligt sind, sollten schwangere und stillende Frauen auf eine gute Versorgung mit diesen Fettsäuren achten. In welchen Lebensmitteln stecken besonders viele Omega-3-Fettsäuren? Wie bereits erwähnt, kann der Körper in erster Linie Omega-3 von fetten Fisch verwerben. Deshalb stellen wir dir hier die Fischarten mit dem höchsten Gehalt an Omega-3 vor. Alle Mengenangaben beziehen sich auf 100 Gramm Fisch. Allerdings hier ein Wort der Warnung über diese Angaben. Bei ihnen handelt es sich um durchschnittliche Werte. Der Nährstoffgehalt von jedem Lebensmittel hängt immer noch von den Lebensumständen ab. Wenn Pflanzen in nährstoffarmen Gebieten wachsen, spiegelt sich das in ihrem Nährstoffgehalt wieder. Das trifft auch auf Tiere zu. Wenn sie gute Lebensbedingungen hatten, ist das positiv auf den Nährstoffgehalt. Bei ungünstigen Verhältnissen kann der Fettgehalt leiden. Jetzt zähle ich dir ein paar Fische auf. Sardellen führen die Liste an mit 567 mg EPA und 1746 mg DHA, also zusammen über 2 Gramm Omega-3. Gleich danach kommen Sardinen mit 747 mg EPA und 1337 mg DHA. Hering zählt mit 796 mg EPA und 1242 mg DHA ebenfalls zu den Fischen mit hohem Gehalt an Omega-3. Rotbarbe hat 791 mg EPA und 1242 mg DHA und Lachs 593 mg EPA und 1155 mg DHA. Makrele ist mit 588 mg EPA und 739 mg DHA ebenfalls in dieser Liste vertreten. Weitere erwähnenswerte Fischarten sind Aal, Heidelbutt, Schwertfisch, Thunfisch, Wels und Bachforelle. In der Beschreibung des Videos findest du die genaue Liste. Was ist, wenn du keinen Fisch magst oder dich vegetarisch oder vegan ernährst? Um auf die empfohlene Menge von mindestens einem Gramm Omega-3 pro Tag zu kommen, müsstest du enorme Mengen von Walnüssen, Leinsamen oder Leinöl oder auch Chiasamen verzehren. In diesem Fall bieten sich Nahrungsergänzungsmittel an. Fischöl und Grillöl sind die Omega-3 Quellen für Menschen, die alles essen. Algenöl dagegen ist die Alternative für Veganer und Vegetarier. Algen können heute umweltfreundlich im großen Maßstab gezüchtet werden und stellen damit keine Belastung für die Umwelt dar. Welche Referenzwerte für Omega-3 sind optimal? Bei den Referenzwerten für Omega-3 gehen die Meinungen der Experten weit auseinander. Sie reichen von weniger als 1 Gramm bis zu rund 2 Gramm täglich. Achte bei den Kapseln auf die Verzehrempfehlung. Bisher ist kein Fall einer Überdosierung von Omega-3 bekannt. Welche Referenzwerte gelten für Omega-3-Spiegel im Blut? Mit einem Bluttest kannst du den sogenannten Omega-3-Index bestimmen lassen. Den Test kannst du auch im Internet bestellen. Idealerweise liegt der Omega-3-Index zwischen 8 und 12%. Ein Omega-3-Index von unter 4% gilt als bedenklich. Wie sollte man Omega-3 am besten einnehmen? Der Körper kann Fettsäuren am besten bei einer Mahlzeit aufnehmen, weil dann die Produktion von Magensäften und die Gallensäfte bereits angekurbelt ist und die Fettsäuren dadurch besser verwertet werden können. Worauf solltest du bei der Wahl eines Nahrungsergänzungsmittels achten? Bei Fischöl, Krillöl und Alpenöl gibt es enorme Qualitätsunterschiede. Wir empfehlen den deutschen Hersteller VictiLabs, der Nährstoffe in hervorragender Qualität anbietet. Wir haben für dich einen Redaktions-Deal herausgehandelt, mit dem du Omega-3 bei VictiLabs für einen sensationellen Preis bestellen kannst. Wie das geht, steht in der Beschreibung des Videos. Möchtest du weiterhin wertvolles wissenschaftlich fundiertes Wissen erhalten? Dann würde ich mich freuen, wenn du uns ein Abo oder ein Like dalässt. Unter diesem Video kannst du gerne deine Meinung und deine Erfahrung zu diesem Thema mit uns und unserer Community teilen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald! Böden